Nachdenkseiten Die kritische Website Viele Covid-Zwangsmaßnahmen waren schädlich und eine strukturelle Kindeswohlgefährdung. Von Markus Klöckner Die Polizei hat Jugendliche im Park mit dem Auto gejagt, Kinder wurden von der Schaukel auf dem Spielplatz verscheucht und ungeimpfte Zwölfjährige durften nicht mehr auf den Sportplatz. Der Kindheitsforscher Prof. Michael Klund spricht im Nachdenkseiteninterview über eine strukturelle Kindeswohlgefährdung aufgrund von politischen Entscheidungen während der Corona-Zeit. Was Kindern und Jugendlichen angetan worden sei, dürfe ein Rechtsstaat nicht durchgehen lassen, wenn er nicht zu einem Unrechtsstaat verkommen will. Klund spricht von Kinderrechtsverletzungen, die einfach nicht mehr zu leugnen sind. Und Schulz-Lämmer in Politik und Medien beteuern nun, das haben wir nicht gewusst. Allerdings, äußerst gravierende psychosoziale Folgen der Corona-Maßnahmen waren bei den Kindern frühzeitig zu erkennen, sagt Klund. Der Forscher betont, dass in Deutschland verantwortliche elementare Schutz, Fürsorge und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen verletzt haben. Herr Klund, wir haben im Dezember 2020 zum ersten Mal ein Interview zum Thema Kinder- und Corona-Maßnahmen geführt. Sie haben damals kein gutes Haar an der Maßnahmenpolitik gelassen, und auf den ektatanten Widerspruch zwischen dem angeblichen Nutzen der Maßnahmen und den zu erwartenden Schäden an den Kindern angesprochen. Wie bewerten Sie die Maßnahmenpolitik im Lichte der veröffentlichten RKI-Protokolle und des Expertenrats? Hinsichtlich der Schäden der Corona-Politik haben sich alle meine Befürchtungen seit 2020 zu psychosozialen Folgen bei Kindern und Jugendlichen und bezüglich autoritärer Demokratieentwicklungen bestätigt und sind leider sogar übertroffen worden. Und aus den RKI-Files erfahre ich, dass viele der dafür verantwortlichen Maßnahmen wieder besseren Wissens auf Druck der Exekutive getroffen wurden. Und nicht aufgrund einer evidenzbasierten Forschungslage? Ja, aber es ist noch schlimmer. Maßnahmen wurden nicht nur nicht auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz getroffen, sie wurden, wie wir jetzt sehen können, sogar explizit entgegen dem vorhandenen Forschungsstand getroffen. Das ist ein harter Schlag, selbst für kritische Menschen wie mich. Im Grunde wusste man vieles schon lange oder konnte es sich zumindest herleiten. Darf ich einen Ausschnitt aus einem Spiegelartikel zitieren? Bitte. Der Spiegel-Redakteur Alexander Neubacher gab am 11. März 2023 offen zu, Zitat, Inzwischen wissen wir, dass einige Corona-Maßnahmen nicht nur fragwürdig oder unsinnig waren, sondern auch rechtswidrig. Nun ist es hinterher immer leicht zu sagen, was besser gewesen wäre. Doch was mich im Nachhinein umtreibt, ist, wie leicht die Freiheitsrechte in unserer angeblich so liberalen Gesellschaft suspendiert wurden. Die Firnis der Zivilisation ist diesbezüglich offenbar dünner, als ich glaubte. Zu wenige widersprachen, als die Politik vor drei Jahren erstmals Schulschließungen anordnete und dann über Monate immer wieder verlängerte. Kein Bundesverfassungsgericht, keine Nationale Akademie der Wissenschaften, kein Deutscher Ethikrat, kein Christian Drosten. Was, wie ich heute sagen würde, ein Riesenversäumnis war. Und wir Medien, auch wir beim Spiegel, die wir uns gern als vierte Gewalt betrachten, ich fürchte, der Diktator in uns war ziemlich stark. Zitat Ende. In der Tat müssen sich jetzt Tausende von Wissenschaftlern, Journalisten und Politikern, Medizinern, Pädagogen, Eltern, Lehrer, Studenten und Schüler sehr kritisch und sehr selbstkritisch zu Wort melden. Immerhin haben sie sich seit 2020 im Namen der Wissenschaft Belügen zur Hetze, Geh- und Missbrauchen lassen, sowie strukturelle Kindeswohlgefährdung durch verschiedenste Maßnahmen befördert. Das stattdessen vorherrschende Mainstream-mediale Schweigen oder Beschweigen ist bezeichnend. Kinder, aber auch Jugendliche waren schwersten Maßnahmen ausgesetzt. Keine Schule, kein Treffen in Gruppen, Maskenzwang, Testzwang, Impfdruck und so weiter. Erinnert sei auch an die Szene in einem Park in Hamburg, wo Jugendliche gar von der Polizei mit einem Polizeiwagen regelrecht gejagt wurden, weil sie sich getroffen haben. Was ist hier passiert? Ich erinnere mich auch noch an den völlig unkritischen ÖRR-Fernsehbeitrag mit dem Rodler, der seinen Schlitten einsam den Berg hochzog und dann von zwei Polizisten im Laufschritt verfolgt wurde und eine Geldstrafe erhielt, weil ihm beim Hochsteigen auf den Berg weit entfernt von anderen Menschen zwischendurch die Maske verrutscht war. Wer Jugendliche lebensgefährlich durch den Park jagt oder Schlittenfahrer kriminalisiert, weil ihnen in freier Natur und mit großem Abstand zu anderen Menschen die Maske verrutscht ist, wer Kleinkindern die Schaukel verbietet und nicht geimpften Zwölfjährigen den Zugang zum Sportplatz verwehrt oder sie anderweitig diskriminiert, muss wissen, dass ein Rechtsstaat so etwas nicht dulden darf, wenn er nicht zu einem Unrechtsstaat verkommen will. Äußerst gravierende, vor allem psychosoziale Folgen der Corona-Maßnahmen waren bei den Kindern frühzeitig zu erkennen. Schon ihre wissenschaftliche, politische und mediale Thematisierung wurde mit den vorherrschenden Narrativen, die sich als absolute Wahrheit und die Wissenschaft inszenierten, an den Rand gedrängt. Seitdem die verschiedenen Kinderrechtsverletzungen einfach nicht mehr zu leugnen sind, beteuern die Verantwortlichen Unschulds-Lämmer auf den Regierungsbänken und in den Redaktionsstuben unisono, das haben wir nicht gewusst. Und wenn schon, das ist nur die Schuld von Corona und hat nichts mit unseren vernünftigen Maßnahmen zu tun. Jetzt wissen wir es besser und die millionenfache Diskriminierung während der angeblichen Pandemie der Ungeimpften tut uns auch irgendwie leid. War nicht so gemeint. Sorry, liebe Sozialschädlinge. Wie erklären Sie sich, dass Kinder und Jugendliche im Grunde genommen regelrecht ausgeliefert waren? Ich erinnere an Berichte von Kindern, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen konnten und Mobbing ausgesetzt waren. Dann gab es Lehrer, die aus der Befolgung der Maßnahmen einen regelrechten Fetisch gemacht haben. Verständnis für den Widerwillen der Kinder, für die stillen oder auch lauten Hilfeschreie der Kinder gab es oft nicht. Viele Gerichte, aber in erschreckend hoher Zahl auch Eltern haben mitgemacht, haben für die Einhaltung der Maßnahmen gesorgt. Demokratieanalytisch und Rechtsstaattheoretisch ist dieser Prozess einer autoritären Gehorsamsproduktion in allen Gewalten fast bei allen Medien, Eltern, Kindern und Lehrern politikwissenschaftlich höchst spannend. Notstandsideologie und Praxis lassen sich also auch in einem sich als demokratischen Rechtsstaat verstehenden Gemeinwesen äußerst schnell herstellen. Gefahrenangst und Feindbildproduktion sind das einmal eins. Kinder wurden von Fernsehclowns wie Böhmermann mit Ratten aus der Pestzeit verglichen und in der Schule als Oma-Mörder hingestellt. Fast alle haben fast alles mitgemacht, ich nehme mich da gar nicht heraus. Also sollten auch fast alle je nach gesellschaftlicher Hierarchie und Verantwortungsgrad mit ein wenig mehr kritischer Selbstreflexion nun die Aufarbeitung beginnen. Für die höchsten Verantwortungsträger sieht der Rechtsstaat bei gravierender Rechtsverletzung Rücktritte und das Strafgesetzbuch vor. Nun zu den Protokollen. Welche Erkenntnisse ziehen sie daraus? Waren die Maßnahmen gegen die Kinder gerechtfertigt? Beeindruckend für mich ist, dass das RKI und der Corona-Expertenrat ebenfalls wussten und wissen, aber zum Teil verdrängten oder verschwiegen, was ich seit über vier Jahren ohne Mainstream- mediale Berücksichtigung hervorgehoben habe. Zum Beispiel in meiner Studie vom Mai 2020 oder in meiner Stellungnahme bei der Kinderkommission des Deutschen Bundestages im September 2020, in meinem Sozial-Extra-Beitrag 2021, meinem Buch Vergleichende Kinderpolitik-Wissenschaft 2022, meinem Buch Kinder in Armut 2023 und meinen Sozial-Extra-Aufsätzen 2024. Alle verlinkt innerhalb des Artikels. Wir wissen doch längst, Kinder waren und sind von allen Altersgruppen am wenigsten durch Covid-19 gefährdet. Aber am schärfsten von fast allen Corona-Maßnahmen getroffen worden. Seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland wurden elementare Schutz, Fürsorge und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen verletzt und verschiedene unterlassene Regierungsmaßnahmen haben überdies zur Verstärkung von Kinderarmut, psychosozialen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie Bildungsbenachteiligungen beigetragen. Viele Zwangsmaßnahmen waren nicht nur nicht evidenzbasiert gerechtfertigt, sondern buchstäblich schädlich und eine strukturelle Kindeswohlgefährdung. Was heißt all das denn nun? Kinder waren Repression ausgesetzt, angeblich alles fachlich sauber begründet. Alle Maßnahmen mussten sein, alle involvierten Stellen von der Politik über das RKI bis hin zu den Gerichten und so weiter haben aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das war bisher die Geschichte. Wer Maßnahmen hinterfragt, kritisch betrachtet oder gar sofort abschaffen wollte, war ein Querdenker, ein Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und nun? Gemessen an offiziellen Unterlagen, was ist nun mit dieser Geschichte? Wie sieht es jetzt aus? Es sei noch mal erinnert an die fünf Gebote der Corona-Zeit. Erstens Killer-Virus, das uns alle sofort tötet. Zweitens absolut nebenwirkungsfreier Impfstoff, der uns allen zwingend verabreicht werden muss, weil er drittens umfassend vor Ansteckung schützt und viertens eine Weitergabe garantiert verunmöglicht, während fünftens alle Ungeimpften asoziale Volksschädlinge sind. Die Infragestellung dieser Dogmen konnte seit 2020 das Risiko einer sozialen Ächtung durch die Mehrheit der deutschen Journalisten, Politiker, Juristen und Wissenschaftler mit sich bringen. Ein Familienrichter, der auf der Basis des § 1666 BGB Kindeswohlgefährdung zeitweise die Maskenpflicht an zwei Schulen aufgehoben hatte oder ein Mediziner, der bei Luftnot Maskenbefreiung oder gar fälschliche Impfatteste erstellte, wird wie ein Schwerstkrimineller behandelt. Diejenigen aber, die wieder besseren Wissens nicht nur kindeswohlgefährdende Masken, Test und Impfzwänge politisch, medial, wissenschaftlich, medizinisch und richterlich verordneten oder durchführten, werden an keiner Stelle zur Verantwortung herangezogen. Manche von ihnen meinen gar noch nicht einmal für ihre Impf-Nebenwirkungsleugnungen und Zwangsmaßnahmen Legitimationen bei den Geschädigten und anderen Angehörigen um Verzeihung bitten zu müssen, verlangen aber bereits pro forma Vergebung durch die Betroffenen, weil man es ja nur gut gemeint habe. Wir reden hier ja nicht über eine fälschlicherweise vollzogene, geringfügige Erhöhung kommunaler Abfallgebühren. Wir reden hier über Maßnahmen, die offensichtlich wieder besseren Wissens von politischer Seite veranschlagt und durchgesetzt wurden und Maßnahmen, die zu Schäden geführt haben. Oder? Wie sehen Sie das? Um welche Schäden geht es? Nur damit nochmal deutlich wird, dass es hier wirklich nicht um ein nur in den sozialen Medien verbreitetes Geheimwissen geht. Die Süddeutsche Zeitung vom 29. Dezember 2021 fasste die kinderrechtliche Lage in Corona-Deutschland unter dem Titel Menschenrechte. Hat Deutschland ein Problem mit Kindern? Kurz zusammen. Schulschließungen in Rekordlänge, keine Kinderrechte im Grundgesetz, der Skandal um den Kinderpsychiater Winterhoff. Da fragt man sich, welche Rolle spielt das Wohlergehen von Kindern in Deutschland? Testpflicht für Sechsjährige im öffentlichen Nahverkehr während der Schulferien, Sportplatzverbot für Zwölfjährige, die gestern noch elf waren und deshalb noch ungeimpft sind. Verlass ist in der deutschen Pandemie-Politik bisher fast immer darauf gewesen, dass die Kinder in der Debatte um Maßnahmen zunächst mal vergessen wurden. Zitat Ende. Die psychosozialen, gesundheitlichen, bildungsspezifischen Auswirkungen dessen konnten die COPSI-Studien von Professorin Ravens Sieberer unter anderem am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf-UKE und anderen Forschungen bis hin zu den aktuellsten PISA-Studien eindrücklich nachzeichnen. Viele Studien und Stellungnahmen untermauern, dass buchstäblich eine politisch mit zu verantwortende strukturelle Kindeswohlgefährdung im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention und des SGB 13 festzustellen ist. Das hatte psychosoziale Folgen wie verschiedene Untersuchungen nachweisen können. So hat sich laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hochgerechnet, infolge der Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen bei 1,7 Millionen 11- bis 17-Jährigen die gesundheitsbezogene Lebensqualität erheblich verschlechtert. Das Bundesinstitut ermittelte ferner 477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren mit Depressionssymptomatik. Die Häufigkeit von Angstsymptomen unter Kindern und Jugendlichen ist nach dem ersten Lockdown 2020 von 15 auf 24 Prozent gestiegen. Den Eindruck einer verminderten Lebensqualität haben mehr als 40 Prozent der 11- bis 17-Jährigen. Psychische Auffälligkeiten bei 7- bis 17-Jährigen sind von 18 Prozent auf etwa 31 Prozent gestiegen, so fasste schon die Frankfurter Rundschau vom 13. und 14. Februar 2021 einen Aufsatz des RKI zusammen. Auch die Berliner Zeitung berichtete über die Schrecken der Kinder. Ich zitiere daraus. Bis zu 500 Kinder mussten nach Suizidversuchen zwischen März und Ende Mai 2021 bundesweit auf Intensivstationen behandelt werden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Essener Uniklinik, über die der Leiter der dortigen Kinderintensivstation Prof. Christian Dona-Schwarke exklusiv im Videocast 19 die Chefvisite berichtete. Die Fallzahl sei damit im zweiten Lockdown um rund 400 Prozent im Vergleich mit der Zahl vor Corona gestiegen. Zitat Ende. Unter anderem als Antwort auf diese Studie, die einen Anstieg von Suizidversuchen unter Kindern im Lockdown feststellte, hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Januar 2022 bezweifelt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Lockdown und psychischen Folgen geben könne. In der ARD-Sendung hart aber fair vom 10. Januar 2022 wies Lauterbach den Vorwurf zurück, dass die deutsche Corona-Politik für die Zunahme psychischer Störungen im Land und vor allem bei Kindern verantwortlich sei. Er sagte, da muss man vorsichtig sein, das geben die Studien aus meiner Sicht nicht her. Ich glaube, dass ein großer Teil dieser Probleme einfach an der furchtbaren Pandemie liegt, aber dass nicht einfach dem Lockdown, den wir praktiziert haben, der damals notwendig war, in die Schuhe geschoben werden darf. Wie ordnen Sie das Verhalten des RKI ein? In unserem letzten Interview war ich noch darüber irritiert, dass der Ex-RKI-Chef Wieler vor dem Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtags nebenbei erwähnte, dass das RKI nichts Genaues über die Impfeffizienz wisse und die PEI-Vertreterin zu den Impfnebenwirkungen wenig zu wissen vorgab. Ich fragte mich, wie es sein kann, dass diese Institutionen als absolute Autoritäten herhalten konnten für die extremsten Corona-Dogmen und Maßnahmen. Die RKI-Files sollten nun genauestens mit Wielers Aussagen verglichen werden. Ansonsten ist der antidemokratische Mechanismus der Verantwortungsdiffusion in Krisenzeiten weiterhin beeindruckend und empörend. Spahn-Lauterbach rechtfertigen sich mit RKI-Kompetenz und der RKI-Chef rechtfertigt sich mit seiner Weisungsgebundenheit an den Gesundheitsminister. Am Ende will es keiner gewesen sein und niemand trägt zumindest die politische Verantwortung. Auch so kann man eine Demokratie und einen Rechtsstaat abschaffen. Solange Politik, Wissenschaft, Medien und Justiz diese Entwicklung zum Diktator in uns Spiegel nicht kritisch aufarbeiten, habe ich große Sorge. Müsste das RKI nun aufgelöst und neu gegründet werden? Die gesamte Verfasstheit des RKI muss auf den Prüfstand. Zuletzt musste ich lesen, dass etwa die Hälfte der von dem Journalisten Paul Schreier verdienstvollerweise freigeklagten RKI-Protokolle zwischen 2020 und 2021 auch noch nachträglich möglicherweise verändert wurden. Das könnte bedeuten, dass wir bislang nur die Spitze des Eisberges sehen. Was wir allerdings leider jetzt schon seit über vier Jahren beklagen müssen, ist eine gefährliche Verletzung der Gewaltenteilung. Parlamente, Justiz, Gesundheits, Forschungs- und Ethikinstitutionen und die selbsternannte vierte Gewalt der Medien geraten praktisch zu Erfüllungsgehilfen der Exekutive. Sie nehmen ihre verfassungsrechtliche und oder fachliche Aufgabe nur noch mangelhaft wahr. Wer den Weg in einen autoritären und kriegstüchtigen Staat gehen will, muss einfach nur so weitermachen. Was ist mit den Verantwortlichen beim RKI? Was ist mit den Verantwortlichen auf politischer Seite? Gestatten Sie mir die Anmerkung, Fehler sind menschlich, Menschen machen Fehler, so ist es einfach, aber sprechen wir hier von Fehlern? Wenn sich herausstellen sollte, dass wieder besseren Wissens die Bevölkerung fehlinformiert wurde, Diskriminierung, Hass und Hetze gegen Millionen Nicht-Geimpfte gefördert wurden, schwerste Impffolgen verleugnet und nicht adäquat entschädigt wurden, dann ist das in einem Rechtsstaat mindestens ein Fall für parlamentarische Untersuchungsausschüsse und für die Justiz. Sie fordern seit längerem eine Aufarbeitung der Corona-Politik. Was muss jetzt passieren? Wie sollte die Aufarbeitung von statten gehen? Auf der einen Seite wäre die Rehabilitation der mit Entlassung, Benachteiligung und Verfolgung bestraften Richter, Wissenschaftler, Journalisten, Gesundheitsamtsbeschäftigten, Bundeswehrangehörigen, Schulkinder, Eltern, Mediziner, Pädagogen, Pflegekräfte und so weiter, deren Verbrechen darin bestand, Corona-Maßnahmen in Frage zu stellen, sich nicht impfen zu lassen oder den eigenen Impfstatus als ihre Privatsache zu begreifen. Auf der anderen Seite geht es, wie gesagt, um kritische Aufarbeitung auf allen Feldern und selbstverständlich auch um juristische Verfolgung von offensichtlichen Rechtsbrüchen sowie strafbaren Handlungen gegen das Grundgesetz, gegen die Grund-, Menschen- und Kinderrechte während der Corona-Zeit. Dass Hauptverantwortliche wie Söder, Spahn, Lauterbach und Lang nun auch noch entscheiden wollen, was ein etwaiger Untersuchungsausschuss herauszufinden habe und was nicht, ist verständlich, aber rechtsstaatlich inakzeptabel. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.